In diesem Video zeigen wir die Funktionen der Mehrzonenfernbedienung LK55FB1. Unser Aufbau ist bereits fertig verkabelt. Ein leistungsstarkes Netzteil versorgt zwei LED-Controller mit angeschlossenen LED-Streifen. Die LK55FB1 ist für die Steuerung von Weißlicht geeignet. Sie kann bis zu vier Lichtzonen unabhängig voneinander steuern. Außerdem bietet sie drei Speicherplätze für Lichtstimmungen. Wir beginnen mit dem Anlernen der Lichtzone 1. Beim ersten Einschalten des Stromes sollten alle LEDs mit voller Helligkeit leuchten. Nun gegebenenfalls die Fernbedienung einschalten. Eine kleine rote LED oben rechts zeigt, dass die Fernbedienung einsatzbereit ist. Sollte die LED nicht aufleuchten, prüfen Sie die eingelegten Batterien. Zum Anlernen drücken Sie zuerst die Learning-Taste am Controller, dann die gewünschte Zonentaste auf der Fernbedienung und schließlich das Dimmfeld. Die LEDs bestätigen das Anlernen durch kurzes Blinken. Sie können nun die Helligkeit regeln. Die Tasten für 25, 50, 75 und 100% Helligkeit können Sie ebenso nutzen. Möchten Sie eine bestimmte Einstellung abspeichern, genügt ein langer Druck auf eine der Speichertasten. Sie können nun die Helligkeit verändern. Mit einem kurzen Druck auf die Speichertaste rufen Sie die zuvor gespeicherte Helligkeitseinstellung wieder auf. Am wichtigsten ist die Speicherfunktion aber beim Festlegen komplexer Lichtstimmungen. Daher wollen wir nun eine zweite Lichtzone ins Spiel bringen. Wir gehen genauso vor wie beim Anlernen der Zone 1. Learning-Taste am Controller drücken, die Zonentaste 2 und das Dimmfeld. Die zweite Lichtzone lässt sich nun genauso wie die erste steuern. Nutzen Sie das Dimmfeld oder die Prozenttasten. Übrigens, ein langer Druck auf einer Zonentaste schaltet diese Zone an und aus. Möchten Sie beide Zonen zugleich steuern, wählen Sie einfach beide Zonen aus. Nun reagieren beide auf Ihre Kommandos. Dies klappt natürlich genauso für drei oder vier Zonen. Wählen Sie immer zuerst die Zonen aus, die Sie steuern möchten. Danach wählen Sie die Helligkeit. Nun können wir auch umfangreiche Lichteinstellungen speichern und abrufen. Wir stellen Zone 1 sehr hell und Zone 2 gedimmt ein. Wählen Sie immer erst die Zone und führen danach die Einstellung aus. Zone 1 hochdimmen. Zone 2 herunterdimmen. Drücken Sie nun die Zonentaste 1 und 2 und danach lang auf die Speichertaste 1. Die Lichtstimmung ist für beide Zonen gespeichert. Eine weitere Lichtstimmung möchten wir mit Zone 2 sehr hell und Zone 1 gedimmt. Wählen Sie wieder zuerst die Zone, danach die Einstellung. Zone 1 runterdimmen. Zone 2 hochdimmen. Drücken Sie wieder Zonentaste 1 und 2. Und nun lang auf die Speichertaste 2. Weiterhin sind beide Zonen ausgewählt. Sie reagieren immer noch zugleich auf Ihre Kommandos. Mit einem kurzen Druck auf die Speichertaste rufen Sie jedoch die zuvor gespeicherten Lichtwerte wieder auf. So können Sie auch komplexe Lichtstimmungen ablegen und wieder aufrufen. Generell merken sich alle LK55 Controller sämtliche Einstellungen auch bei Stromverlust. Auch die Speicherplätze sind nach dem Wiedereinschalten noch genauso belegt. Sie können zudem mehrere Fernsteuerungen kombinieren. Und so zum Beispiel Funkwandtaster in der LK55 FB1 gemeinsam einsetzen.